Seile. Die sind im Klettersport ja super wichtig. Stecken ja auch in Abseilen, Seilschaft, Seilzug, Seilbar... Okay, aber heute geht es um Kletterseile. Kletterseile fürs Sportklettern, Alpinklettern, Mehrseillengenklettern und Hallenklettern. Großes Thema, deswegen wenig bla bla und los geht's. Das Thema heute müssen wir erstmal in ein paar Kategorien unterteilen und die findet ihr wie immer unten in der Zeitleiste. Angefangen mit der Seilart, denn da gibt es drei Gruppen, von denen zwei wirklich relevant sind. Die Einfachseile heißen so, weil sie im einfachen Strang, also allein für sich verwendet werden können und damit ausreichend sicher sind. Das klassische Einsatzgebiet von Einfachseilen beim Klettern ist das Hallenklettern und auch das Sportklettern. Vereinzelt sind aber Einfachseile auch bei Mehrseillängen zum Beispiel eine Option. Klassischerweise erkennt man Einfachseile auch an ihrem dicken Durchmesser. Der liegt in der Regel zwischen 8,5 mm und 10,5 mm. Früher gab es aber auch noch 11 mm Einfachseile. Warum es verschiedene Durchmesser gibt, dazu komme ich gleich nochmal. Außerdem kann man das Einfachseil auch super an der eingeringelten Eins erkennen, die bei Einfachseilen am Ende des Seils auf einer kleinen Banderole steht. Halbseile sind nicht halb so dick wie Einfachseile, aber trotzdem deutlich dünner. Ihr Durchmesser liegt in der Regel zwischen 7,5 und teilweise 9 mm als oberer Richtwert. Der dünne Durchmesser sorgt für geringeres Gewicht und geringeres Packmaß, aber vor allem sorgt er für deutlich weniger Reibung bei Zwischensicherungen beispielsweise. Deshalb werden Halbseile gerne beim Alpinklettern eingesetzt, wo die Routenführung manchmal nicht ideal ist und insgesamt viel Reibung entstehen kann, wenn beispielsweise Sicherungen nicht an den bestmöglichen Stellen platziert werden können. Jedoch dürfen Halbseile immer nur im Doppelpack am Berg auftreten, heißt zwei Halbseile mitnehmen. Daran sollte man sich auch halten, da Halbseile eine andere Norm als Einfachseile erfüllen und dann nur im Doppelpack entsprechend gleichwertig funktionieren. Trotzdem ist das Halbseil vorteilhaft. Aufgrund der erwähnten verringerten Seilreibung und auch aufgrund der Redundanz, bei Steinschlag beispielsweise oder auch bei Stürzen, könnte ein Seil beschädigt werden. Dann hat man immer noch ein zweites Halbseil zur Sicherheit und nicht komplett seillos. Die Nutzung von zwei Halbseilen hat übrigens auch noch zwei weitere Vorteile. Zum einen, man kann zwei Nachsteiger gleichzeitig nachholen, also leicht zu dritt eine Tour machen. Außerdem lässt sich mit Halbseilen eine Abseilpiste über die komplette Seillänge nutzen, was oft wichtig ist. Erkennen kann man die Zulassung eines Seils als Halbseil an einer eingeringelten Einhalb, also Eins durch Zwei, auf der Banderole am Seilende. Ausschließliche Zwillingsseile gibt es heute fast gar nicht mehr. Die meisten Zwillingsseile sind eigentlich auch Halbseile. Trotzdem kann man das aber nochmal mit einem Blick auf die Banderole überprüften. Denn das Zwillingsseil wird mit einem Unendlich-Symbol gekennzeichnet. Zwillingsseile haben als Besonderheit gegenüber den Halbseilen, dass sie nicht im Einzelstrang in Zwischensicherungen gehängt werden dürfen, sondern nur im Doppelstrang. Sie sind nochmal ein Stück dünner als Halbseile, nämlich zwischen 7 und 8 Millimeter. Das ist dann wirklich schon extrem dünn und wird ehrlicherweise in Zukunft auch immer weiter aussterben. Denn sie bringen grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen mit wie die Halbseile. Das Gewicht verringert sich zwar nochmal, ich sage jetzt mal signifikant, aber selten so stark, dass sich die Anschaffung wirklich lohnt. Also wie die Halbseile auch, ist das Alpinklettern eigentlich der einzige relevante Einsatzpunkt von Zwillingsseilen. Wobei hier wichtig ist zu erwähnen, dass mit Zwillingsseilen auch trotzdem nur ein Nachsteiger nachgeholt werden darf. Da nicht im Einzelstrang nachgestiegen werden sollte. Nun haben wir die ganze Zeit gehört. 7 Millimeter, 10 Millimeter und so weiter. Auf dem Papier hört sich das nach kaum einem Unterschied an. Aber wer die Seile mal in der Hand hält, mit 8 Millimeter und mit 10,5 beispielsweise, der wird erstaunt sein. Die Seildurchmeister sind nämlich durchaus spürbar und machen auch in der Praxis einen enormen Unterschied. Doch wie ergeben sich diese unterschiedlichen Seildurchmesser? Dafür eine kurze Erklärung, wie ein Seil so ganz grob funktioniert. Das Kletterseil ist eigentlich nicht eins, sondern besteht aus zwei Komponenten, einem Kern und einem Mantel. Dabei besteht der Kern aus vielen einzelnen Polyamidlitzen, die verdreht werden und dadurch bei Zug dynamisch einen Sturz beispielsweise abfangen. Der Mantel ist bei diesem Vorgang aber nicht ganz unbeteiligt. Würde man einem Seil den Kern entziehen, könnte der Mantel immer noch Gewicht halten, jedoch eben weniger und statischer. Der Mantel erfüllt aber vielmehr die Funktion des Schutzes. Er schützt den Kern davor, durch äußere Beschädigungen oder Einflüsse zerstört oder geschwächt zu werden. Der Mantel ist dadurch gleichzeitig ein Schutz vor scharfen Kanten, ein Sonnenschutz und auch ein Reibungsschutz. So, und dieser Mantel steht in seinem Durchmesser immer im Verhältnis zum Seilkern. Und wie viel Mantel bei einem Seil eigentlich letztlich da ist, das ist immer etwas unterschiedlich. Die meisten Kletterseile haben einen Mantelanteil zwischen 34 und 40%. Dementsprechend ist klar, wer ein dickeres Seil hat, hat automatisch auch einen dickeren Mantel. Grundsätzlich sind äußerst dicke Seilkerne für die Anwendung im Klettersport jetzt nicht so extrem wichtig wie ein dicker Mantel. Denn die Dicke des Mantels sorgt für ein längeres Leben des Seils. Logisch, mehr Mantel heißt auch, mehr Seilabrieb kann toleriert werden, mehr scharfe Kanten werden toleriert und so weiter. Natürlich bringt der Seildurchmesser auch große Nachteile mit sich. Da wäre zum Beispiel das Packmaß, das mit einem dicken Seil auf die Länge auch deutlich größer wird. Aber vor allem sollte man das Gewicht beachten. Ein sehr dünnes Einfachseil beispielsweise und ein sehr dickes Einfachseil können bis zu 15 Gramm pro Meter trennen. 15 Gramm, denkt ihr euch jetzt, ist ja wirklich wurscht. Aber hier ein veranschaulichendes Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr klettert eine Mehrseillänge und habt in einer Seillänge 50 Klettermeter vor euch. Ist die Route etwas steiler, tragt ihr einen Großteil des Seilgewichts, das bereits ausgegeben wurde, quasi an eurem Gurt mit. Angenommen, ihr seid bisher 45 Meter geklettert. Bei 52 Gramm Seilgewicht sind das 45 mal 52, also 2340 Gramm. Also quasi 2,3 Kilo. An alle Physiker, mir ist natürlich klar, dass das jetzt mehr aus der Abteilung Daumen mal Pi stand und da auch nicht alle Faktoren berücksichtigt wurden. Aber nehmen wir mal jetzt ein Seil mit 67 Gramm Seilgewicht pro Meter Länge. Bei 45 Klettermeter bisher sind das 45 mal 67, ist gleich 3015 Gramm. Es liegen also nicht ganz 700 Gramm Gewicht zusätzlich an euch dran, wenn ihr das dickere Seil mitnehmt. Heißt, dünnere Seile sind fragiler, haben einen dünneren Mantel, eine dünnere Schutzschicht könnte man sagen. Dicke Seile sind schwerer und klobiger. Was ist jetzt besser? Da gibt es nicht wirklich richtig und falsch. Aber hier jedenfalls meine Tipps für euch. Wer gerne Hallenklettern und Sportklettern geht, der sollte sich eher ein dickeres Seil nehmen. Hier ist der Gewichtsaspekt nämlich eher zweitrangig und so hat man mehr Sicherheitsreserven fürs Ausprobieren, Reinstürzen und so weiter. Da dauert es einfach länger, bis mal ein neueres Seil her muss. Wer gerne im Gewicht sparen und so leicht wie möglich unterwegs sein möchte, was meist vor allem mehr Seillengenkletterer betrifft, der sollte sich eher nach dünneren Seilen umsehen. Ein dünneres Seil hat eben geringere Sicherheitsreserven und muss eventuell auch etwas häufiger getauscht werden. Wer in der Kletterhalle gerne am absoluten Limit klettert und viel On-Site ohne einen zweiten Versuch probieren möchte, da gilt natürlich auch dasselbe fürs Sportklettern, der sollte ebenfalls ein dünneres Seil nehmen. Aber der Seildurchmesser ist auch noch bei einem ganz ganz anderen Punkt sehr wichtig. Denn Sicherungsgeräten. Wer ein Seil hat, braucht ein passendes Sicherungsgerät. Und umgekehrt, wenn mein Sicherungsgerät keine Seile dünner als beispielsweise 9mm handeln kann, dann kann ich mir auch kein 8-7er Seil kaufen. Auch mit den Obergrenzen ist das natürlich im Prinzip genau das Gleiche. Das Seil muss also unbedingt zum Sicherungsgerät passen. Die Seillänge, das Thema kann man noch etwas verkürzt darstellen. Grundsätzlich muss dein Seil für die Route, die du kletterst, mal 2 reichen. Denn darunter musst du ja logischerweise auch wieder. 22 Meter Route heißt 40 Meter zu kurz, 50 Meter perfekt, 60 Meter eventuell etwas zu lang und zu schwer. Trotzdem empfehle ich gerade fürs Felsklettern immer etwas mehr zu kaufen, da Routen immer unterschiedlich lang sind. Hast du 60 Meter Seil und eine 34 Meter Route, hast du eben keine Chance, die Route sicher zu klettern. Und das ist natürlich oftmals sehr ärgerlich. Deshalb fürs Sportklettern am Fels empfehle ich mindestens 60 Meter. Ich persönlich stehe da auch mehr auf 70 Meter. Kommt aber immer auf die Region an. Fürs Hallenklettern empfehle ich so viel, wie ihr eben für eure Halle braucht. Ist die Halle 18 Meter hoch, kaufe ich mir ein 40er Seil. Keinen Meter mehr, als ich brauche. Denn gerade beim Hallenklettern gilt, ich bin Kletterer, kein Parkesel. Für Halbseile empfehle ich immer die 60er Halbseile. 70er sind auch okay, aber jedenfalls 60. Denn die meisten Abseilpisten im alpinen Gelände sind länger als 50 Meter. Und wir erinnern uns, das Abseilen ist einer der Vorteile der Halbseile. Es wäre natürlich schade, wenn man gerade diesen Vorteil durch ein zu kurzes Seil verspielen würde. Mit 60er Halbseilen kommt man in den Alpen in der Regel aber sehr weit. Es gibt aber natürlich hier auch Ausnahmen. Wir sind Kletterer und Kletterer sind schlecht wetterscheu. Deshalb ist eine volle Imprägnierung in der Regel vollkommen überflüssig. Mantelimprägnierung kann die Lebensdauer eines Seils verlängern. Kann. So richtig klar ist nicht um wie viel, denn da spielen natürlich sehr viele Faktoren eine Rolle. Aber für alpine Touren habe ich es gerne imprägniert, da sich das Wetter natürlich auch mal drehen kann. Mantel imprägniert natürlich nur. Fürs Sportklettern und Hallenklettern empfehle ich keine Imprägnierung. Der Nutzen ist statistisch vermutlich da, aber preislich ist der Unterschied definitiv da. Und dementsprechend ist ein Einfachseil, mit dem ich dreimal die Woche klettern, in der Halle beispielsweise oder im Sportklettern, einem Sport, bei dem es de facto ja nie regnet oder nicht regnen sollte, das muss einfach nicht imprägniert sein. Und da kann man sich dann letztlich sehr viel Geld sparen. Wenn der Mantel aufgescheuert oder zerstört ist, dann muss ich das Seil natürlich tauschen, da unsere Sicherheitsreserve nun fehlt. Nur weil ein Seil etwas filzt, ist das aber noch kein klarer Grund zum Aussortieren. Erst wenn ein Seil aussieht wie ein halber Hamster, sollte das Seil jedenfalls getauscht werden, da dann das Handling natürlich massiv darunter leidet und in gewisser Weise auch die Sicherheit. Wie ist es aber mit dem Alter? Es gibt die Herstellerangabe. Die sagt, selbst ohne Gebrauch nach 10 Jahren muss es weg. Doch Tests, da verlinke ich euch einige spannende Sachen dazu in der Videobeschreibung, haben gezeigt, eigentlich ist das mit den 10 Jahren nicht wirklich ein physikalischer Faktor, sondern eher aus der Kategorie so kriegen wir nie Haftungsprobleme. Denn Seile nach 15 Jahren können immer noch Normprüfungen erfüllen. Sollte man also ein altes Seil definitiv entsorgen? Jein. Es kommt vor allem darauf an, wie es behandelt wurde. Hing das Seil 10 Jahre in der Sonne? Ja. Hat man 10 Jahre lang damit wöchentlich Klettersport betrieben? Ja. Liegt es seit 10 Jahren in einer Box im Schrank und weist keinerlei Beschädigungen oder Abnutzungen auf und man selbst weiß, dass es nie verwendet wurde, weil man es selbst gekauft hat? Nein. Halte ich für diese Empfehlung meine Hand ins Feuer? Nein. Aber nach diesem Prinzip mache ich es persönlich halt. In diesem Sinne, die Seiltypen, die Seildurchmesser und die Seilthematik als Ganzes haben wir jetzt für den Bereich Klettern abgedeckt. Auch dieses Video ist für alle Disziplinen des Klettersports zu brauchen. Deshalb findet ihr auch dieses Video in allen Disziplinen-Playlists. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, denkt bitte daran, dass sich diese Arbeit durch eure kleinen Beiträge finanziert. Alle Infos dazu findet ihr jetzt hier eingeblendet oder auch in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch natürlich wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.